Norddeutscher Rundfunk Stop it, man! Stop it! Der kleine Unterschied zwischen einem normalen Türsteher und einem Cobramann. Die haben so ne Arme, aber hier kein Herz. Wollt du mir eine Cheesy-Burger von dem McDonalds? Hast du ein bisschen Appetit gekriegt, ne? Lattat, Leute, du weißt, dass ich das Ding will, dass du mir an die Popo klappst. Ist ja gut, ich hol ja deinen Cheeseburger. Mit Pommes? Natürlich mit Pommes. Ich muss runter zu den Landungsbrücken. I'm your play with Denzel, ich tanze für Geld. Ich tu, was du vor mir verlangt. Ich muss runter zu den Landungsbrücken. Um Hals sieben geht mein Schiff. Du haust ab? Ja, mit Bar Carsten Meier nach Lauenburg. Gelächter. Vielen Dank.